Musik 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 TK ist eine ganz interessante Abteilung, man hat vielfältige Möglichkeiten, man kann den Kunden gerichtet mit auf den Weg gehen, kann erklären, was kann man daraus machen, was kann man verändern, hat man Blätterteig, kann man lecker Kuchen machen, man hat einfach mehr Möglichkeiten in der TK-Teilung. Ja, wir haben die Gira Pizza bei uns im Haus, das ist die Bäckerei, ist nur 500 Meter von uns entfernt, das ist ein Familienunternehmen aus Neapel, Neophanische Mo Pizza. Da habe ich auch gerade einen Wunsch geäußert, ich habe gesagt, Mensch, ich bin so ein richtiger Neuter, ich hätte gerne meine Hawaii Pizza, war natürlich etwas, oh ja, haben sie tatsächlich gemacht, ich habe vorhin erfahren, ich kriege meine Hawaii Pizza jetzt in den Markt, juhu. Florida-Eis ist ja auch regional, kommt hier aus Berlin, aus Spandau. Wir sind der erste Markt, der Glück hat, die Smart-Truhe testen zu dürfen, sprich der Kunde hat die Möglichkeit von außen zu gucken, kriege ich mein Lieblingseis, mein Vanille, mein Schokoeis, ist es im Markt noch vorhanden. Wir haben ein Burger Tower, das ist das Spielzeug, sag ich mal, von unserem Junior Chef. Da gibt es vier verschiedene Burger aus Amerika. Wir haben Nebraska, Waigui-Rind, sehr lecker, sehr schmackhaft, einzelne Fatties, einzeln verpackt, dass auch die Einzelperson eben eine Möglichkeit hat, alles klar, ich möchte mir jetzt nur einen Hamburger machen. Soßen, alles andere findet er drum herum, gleich, ne, einmal hingehen, alles mitnehmen, einmal das Paket fertig. Bis zum nächsten Mal. Ja. 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 Ja,